Königliche Familie live, Prinz Harry unvorbereitet und ohne Richtung nach dem Besuch von König Charles. Es kommt daher, dass Prinz Harry kürzlich zusammen mit Meghan Margele dabei war, die Invictus Games 2025 in Kanada zu promoten. Laut einem königlichen Experten wurde Prinz Harry nach dem Besuch von König Charles überrascht und hatte keine konkrete Anweisung. In einem Gespräch mit TalkTV über Prinz Harrys Beziehung zu König Charles sagte der in den USA ansässige königliche Kommentator Kinsey Schofield, dass Harry es zwar ernst mit seiner Familie meinte, die Krebsdiagnose des Königs jedoch möglicherweise kein Auslöser für die Rückkehr des Herzogs von Sussex in den königlichen Schoß sei. Über die jüngsten Interviews, die Prinz Harry geführt hat, sagte sie, ich denke, dass Harry von einigen Fragen überrascht zu sein schien und versuchte, positiv zu bleiben, aber alles hinter sich zu lassen, wenn es um die Invictus Games geht. Punkt. Ich denke, er war nett zu seiner Familie und er hatte eine positive Einstellung zu seiner Familie, aber ich glaube nicht, dass uns das in eine bestimmte Richtung bewegt, wenn es um Versöhnung geht. Punkt. Frau Schofields Kommentare kommen zu einem Zeitpunkt, an dem Herzog und Herzogin von Sussex ihre Website neu gestalteten und die Invictus Games in Kanada vor der ersten Winterausgabe des Turniers im Jahr 2025 bewarben.